Das, was ich gleich tun werde, mache ich aus reinster Verzweiflung und sollte niemals unter gar keinen Umständen von euch nachgemacht werden. Ihr müsst wissen, ich bin ein Chaosmensch. Mein Zimmer ist ein Chaos, mein Schminktisch ist ein Chaos, mein Leben ist ein Chaos. Aber das größte Chaos von allen ist in dieser Schublade. Das Zimmer, ne ganzen dreckigen Pinsel, die ich waschen müsste. Aber ich bin zu faul, deswegen kommt sie jetzt in die Waschmaschine. Ich nehme jetzt immer einige Pinsel und stopfe die in eine Socke rein. Zubinden. Das hier sind sechs komplett volle Socken. Ich wiederhole, sechs Socken. Und die kommen jetzt in die Waschmaschine. Meine ganzen Schwämme und Abschminkpads gebe ich auch gleich dazu. Und es geht los. Oh, bitte gehen sie nicht kaputt. Sie sind fertig. Also das sieht schon mal nicht so vielversprechend aus. Das sieht gar nicht gut aus. Also unter Sauber verstehe ich was anderes.